Ciao zusammen! Das ist zu hell, aber es ist mir leicht ein bisschen angereich. Das ist das Backup-Intro, falls du es vergisst für den Vlog von Schrattenhütten im 2022. Schlafsack! Vergiss das Intro zu machen, dann wäre auch mal hier die Datei, die ich zum Schneiden brauche. Bis zum nächsten Mal! Musik 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 Laufst du, um sie laut, Ich kann das gar nicht mehr, wenn du hinten dran stehst. Ah, herzlich willkommen! Hallo! Und herzlich willkommen mit mir auf die Kitschwitsch! Hallo! Und wie soll ich das denn machen? Hast du das einfach nicht geöffnet? Ja, das ist... So, für eine Gäste-Suppe muss ich leider Herdapfel schneiden. Und siebeln. Und Knoblauch. Scheiss mich. Hier, Herdapfel. Ich muss jetzt anständig geschnitten. Ich glaube, ein grosser Herdapfel. Jeder Kacke reicht, um sich zu aggerieren. So. Eher drücken sie an, anstatt sie sie schneiden. Knoblauch geht gängig, oder? Ja, ich ziehe dir jetzt das Ding auf, um zu schauen, ob es Feuer hat. Darum tun wir jetzt Top 4 drauf. Bam! Mach mal, das geht gleich. So, und jetzt braucht es geile Speckköffelchen. Mit dem kann ich das Zeug gleich alles anbraten. So. 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 Jetzt mal Säbeln und Knoblauch. Dann liebevoll nicht gerösteten Herdapfel rein. Einfach unkompliziert. Und, ein klein geschnittenes Gemüse. Jetzt muss ich es einfach ein wenig angedünchten. Schau, das ist ein explodierter Glon da drin. Schön farbig. Tolle Gerstle. Und nicht zu viel. Oh, das lenkt. Dann noch ein paar geile Bräuwürfel rein. Ich gehe jetzt schauen, ob es Rote hat. Es ist sehr einladend. Es hat Mäuse. So. Also. Nein, das hat einfach nichts zu erinnern. Das Bier hat es. Nein, das ist weisse. Nein, da hängt es auch nichts. Nein, ich gehe den ins Auto holen. Es sieht einfach wunderbar aus. Die Konsistenz perfekt. Ist gut. Noch ein Knallblend. Und Fäse. So. Jetzt einfach aufkochen. Würzen. Fertig. Wunderbare, einfache Hüttenküche. Beste Leben. Ist einfach toll. Und dann kann ich fünf Tage essen. So gut. Tja. Ich gehe raus. Ich schaue, was läuft. Es läuft. Es läuft. Ich suche den Schloss zu. Einen Beschloss. Die läuft. Viel Spass. Need fornigen. Ich gehe raus. Nein. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.